Ich hab's doch grad probiert. Konnichiwa! Twitches! Sherlock Holmes. Mit der Devils Daughter. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zum Marschhaus. Tü-tü-tü. Kann die blöde Kutsche nicht hier stehen? Ey, Bob. Ja, scheinbar nischt. Ist auch okay. Ich jogg mal zu meiner Kutsche. Warum auch immer die nicht vor meiner Tür steht. Ins Marschhaus. Was? Ich wollte sehen, was du da liest, Junge. Ich vermisse seine Nase. Also wirklich. Es war eine schöne Nase. But Motherhood and Paragraph. Warum? Warum liest er sowas? Achso, ja klar. Er ist ja, er ist ja, er ist ja Vater. Habe ich jetzt. Das ist irgendwie, das ist noch nicht, ist noch nicht eingesackt bei mir. Im Hirn. Kiwi, denk dran, wenn du das Kind siehst. Blutritual, Todesgott, ewige Qualen. Weil du zündest das Feige einfach an, freust dich über ein Barbecue. Oh, Grillen. Mittwoch, 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 Mittwoch. Hallo, Kayana. Moin. Ah. Ah. Okay, wahrscheinlich wird's passieren. Sie ist also der Devils-Daughter. Und ihr Vater war irgendein ganz gemeiner Arsch, weil sonst wäre er ja nicht der Devil. Ach, wir gehen da jetzt mal rein. Hallo, hier stand doch gerade noch jemand. Wie sieht's denn hier aus? Räum mal auf. Was ist mit dir los? Ich muss dich erst mal angucken, wa? Gesund siehst du ja nicht aus. Kiff mal weniger. Feels unwell, lack of sleep. Das geht ja alles so ein bisschen Hand in Hand, ne? Ich glaube nicht, dass der zu wenig geschlafen hat. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Was ist das? Ein Goldring. Das ist ein reicher Mann. Ein wohlhabender Mann. Ah! Ah! Okay! Also entweder es sieht ja aus, als wäre er krank. Aber er könnte natürlich auch was verstecken. Weil, ne, die standen doch vorher noch an der... Der versteckt was. Der hat zu wenig geschlafen und versteckt was. Moment. Da geh ich jetzt mal all in. So. Haben wir sonst noch irgendwo was? Da fehlen ja noch ganz viele Sachen. Ich glaube, ich sollte die Kamera mal auf die andere Seite tun, oder? Moment, das machen wir mal kurz. Äh... Sekunde. Das da. Bis... Jo. Und mal hier rüberschieben. Weil auf der Seite, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit war, sind ja immer die... Nein! So. So, dann muss ich das aber noch ein bisschen... Wir haben das gleich. Das geht ganz schnell. Geht ganz schnell. So. Und. So. Damit ich wieder einigermaßen in der Mitte sitze. Okay. Weiter. Ähm... Das hatten wir. Ja, aber in seinem... Okay, was trinkst du? Painkiller? Das Devins Vegetable Painkiller. Okay. Pills. Starke Schmerzmittel nimmt der Typ. Ist er doch krank? Das ist kein Kochrezept. Oder? Ich kann es nicht lesen. Es ist so unscharf. Was? Tightness in the chest. Shortness of breath during the day. Er ist wirklich krank? Hä? Sein Assisten... Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat. Das ist auf jeden Fall kein Kochrezept. Deswegen nehme ich das da. Halt. Was sind wir denn? Das... Der ist doch... Ein Mitglied des Jagdclubs. Und ein Arzt. Naja, wenn da ein Arzt neben ihm steht. Und da diese... Dinger sind. Dann fühlt er sich halt... Doch unwohl, oder? Dann ist er doch krank. Was ist denn hier die Alternative? Ja, er ist krank. Ich sag jetzt, er ist krank. Weil... Weiß nicht. Ich weiß nicht. Es war richtig. Geil. Auf hat so. Ein erotisches Tag. P-p-p-p-bas. Ach so, hier. Der Ruben Fischer. Der ist 25. Und schon ein Arzt. Er ist gut gebildet. Hat gute Manieren. Und ist Mitglied im Jagdclub. Seiner Kleidung nach zu urteilen, geht's ihm finanziell auch ganz gut. Er ist nicht nur Arzt. Er ist auch... Der persönliche Assistent. Lautmarsch ist ein wohlhabender Mann, der einen hohen Platz in der Gesellschaft genießt. Ich hoffe, wir werden dich nicht beschädigen. Du bist mit deinem Physik. Ja, das ist Dr. Ruben Fischer. Aber nein, bitte. Ich bin entgegenwäldet von deinem Besuch, Mr. Holmes. Ich bin glücklich zu hören. Das letzte Mal, was ich wünsche, ist, um die Patientin zu beschädigen. Herr Marsh, kann ich nur sagen, dass ich all Ihre effortse in unterstützen, die poor in London? Ah, ja. Es ist eine Krieg, die wir müssen, auf unserer Straße und jetzt, auch von meinem Haus. Du musst sicherlich sehen, dass diese Bags, voll von物en, Kleidung und Bücher für die Unfortunaten. Das ist inspirierend. Auf meinem eigenen Humble-Level, ich, auch, versuche meine Besten zu unterstützen, die in need. Ich dachte, vielleicht, dass ich ein paar Unterstützung sein könnte. Ich verstehe nicht. Ich verstehe schon die wichtigste Unterstützung von Dr. Fischer, who happens to be my personal physician. Es ist interessant. Ihr Gesicht scheint mir familiar zu mir, Dr. Oddlich, ich associiere es mit Whitechapel. Well done. Du bist richtig. Ich bin immer noch ein paar Hostel-Rien da, würde ich glauben. Nicht, dass ich ein Trinker bin. Aber da, wie ein Arbeitgeber, kann ich den anderen Kollegen sehen, und sehen, ob sie einen besonderen Job interessieren können. Ein besonderen Job? Kann ich mich fragen, was du anrufst? Das ist der Typ? Natürlich. Seit Lord Marsh begann seine Spezial-Education-Programm in 1889, er wusste, dass solche Menschen, die eine Beziehung von einem bestimmten Job interessieren würden. Und so, mit oder ohne Bildung, wir haben diese Möglichkeiten gemacht, um mit Lord Marsh zu arbeiten. Es gibt die weniger Glück, die Chance zu helfen, um London zu machen, ein besseres Ort zu machen. Das ist unglaublich. Okay, aber was hat er denn? Aber wenn das nur eine Grippe ist. Warum? Dann nimmst du doch keine Schmerztabletten, oder? Mhm. Schon klar. Watson, was sagst du denn? Er ist wie immer keine Hilfe. Hm. Was landen hast du da? Jupp. Das ist nett von ihm. Was haben wir hier? Ein Bild. Mit einem Text. Wie haben die denn das da so draufgeschrieben gekriegt? Das ist der Jagdklub, wa? Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Mhm. Last year, three orphans were put through Medical College. Ooh. Das ist voll lieb. Aber irgendwas fehlt doch hier noch. Some papers. Ein versiegeltes Dokument. Hm. Was haben wir hier? Einfach mal das Siegel aufbrechen und... Äh. Geertal, Lord Marsh. Hier ist die Liste selected. Werd ich mir jetzt, wo das besser geht. Okay, das ist eine Liste mit, ähm, Teilnehmern für dieses Bildungsprogramm, was er da startet. Äh. Hier. Der Name kommt mir bekannt vor. John Strobridge, I've seen this name before. Hm. It was on a missing persons poster. Hm. Hallo, Gandhi. I can't quite work it out. Do you have any ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Ha. Yes. The list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I will take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Hm. Oh. Können wir wieder Synapsen verknüpfen? Ui. Das ist schön. Der Chat ist übelst eingeschlafen. Alle kein Bock. Okay, warte mal. Äh. Wenn sich das mal alles aufhört zu bewegen. Missing. Refuse. Let's look mal. Okay, ja. Sie haben damit angegeben, aber wollten weiter nichts drüber sagen. Nope. Moment mal. Der Special Job hängt doch mit dem Programm zusammen. Aha. Was ist denn das jetzt hier? Mach das da mal weg. Not connected as special jobs mentioned by George. Horst is not connected as special. Ich glaube schon, dass... Also gerade eben glaube ich schon, dass das in Verbindung steht miteinander. Weil... Wäre halt ein komischer Zufall. Deswegen logge ich das mal so ein. So. Und halt! Nochmal. Wo sind denn meine Clues? Clues, Clues. Ja, einer der Teilnehmer von diesem Bildungsprogramm wird vermisst. Nope. Komm. Sonst kriege ich hier nichts raus? Warum bewegt sich alles immer so? So, wir haben jetzt alles miteinander, oder? Haben wir alles ausgeschlossen, was noch? Okay. Gut. Dann haben wir wirklich nur die eine Synapse da. Wir schlafen nicht. Wir sind gebankt vom Spiel. Hallo, Traumtänzer. Hallöschön. Können wir hier noch irgendwas angucken? Ja. So langsam wissen wir es. Der hat was zu verbergen. Ei. Und wie kommen die hier überhaupt noch die Treppe hoch? Gut, wer sollte die Treppe auch hoch gehen? So, wo ging denn noch was? Hoch. Hoch. Ah, Mann. Ich wollte die Kamera umstellen und dann... Ja. Na gut. Ich glaube, dann gehen wir mal wieder. Was sagt denn mein... Nein. Dazu. Ja, gut. Okay, das mache ich ja gerade. Aber wir können uns ja auch hier noch ein bisschen umschauen. Ich meine, wir waren hier ja schon mit Wiggins. Aber Wiggins hat da wahrscheinlich nicht so den Blick, den der Sherlock hat. Okay. Timer? Wieso Timer? Ist doch noch... Das war erst eine Viertelstunde rum. Ah, das war die Tür, durch die ich nicht rauskomme. Hm. 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 Ich werde zum Onionbro. Hm. 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 Das war ja jetzt irgendwie ein bisschen ernüchternd, oder? Sonst gibt es da keine Infos? Das kann doch nicht sein. Ich gehe da nochmal rein und versuche mit denen zu schnacken. Wenn das nicht klappt, dann... Ja, gehen wir wieder nach Hause. Machen wir uns ein Bier auf. Feierabend. Ja, ja. Okay, also hier gibt es scheinbar echt nichts mehr. Dann gehe ich wieder. Ähm... Ja, wo will ich überhaupt hin? Warte mal, was habe ich denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ähm... Vielleicht nochmal in den Pub. Im Zweifelsfall immer in den Pub gehen. Leute, wenn ihr den... das Timer-Command zehn Minuten früher macht. Das ist das Cut-Command, dann... Außerdem sind es zwölf. Na komm. Ja, nicht so lange. Komm schon. Kann mir einer im Chat vielleicht sagen, wann heute die E3-Sachen losgehen? Da sind doch heute schon zwei unwichtige. Wann laufen die denn? Weiß das gerade jemand? Ich bitt mir mich ein um 18 Uhr. Aber ich kann auch falsch liegen. Aber zurück zum Spiel. Ich meine, der E3-Sachen kann halt nicht rechnen. Ja, merkt man. Und er hat sein Wasser stehen lassen. Das steht hier immer noch. So ein Saftladen. Ich hasse... Ich weiß, ich will... Mundharmonika heißen die Dinger. Fürchterliche Instrumente. No gods, no master. Machen richtig hässliche Töne. Okay, also hier gibt's... Ich kann hier auch niemanden mehr befragen, ob er den kennt oder irgendwas... weiß. Gut. Ah, meinung. Ah, meinung. Stronger than ever. Ah, meinung. 22 Uhr. Okay, haben wir noch ein bisschen. Ja gut. Vielleicht mal wieder zu dem in die Bude. Vielleicht mal wieder mit dem Jungen reden. Ob der vielleicht irgendwas über so ein Programm weiß. Ich hab keine Ahnung. Oder willst du nur ein halbherzig gerendertes Bier? Ja, Corrupt. Ich hab überhaupt kein Bier gekriegt. Das hast du ja gemerkt, ne? Oh, was ist das denn? Das ist neu. Oh, ja. Ja, ich habe es, Herr Holmes. Es war immer so gut hidden. Ich habe keine Ahnung, warum. Well done, my boy. It could prove very helpful. Oh nein. Kann ich auch eigentlich mal streamen, ohne dass ein Funk-Host kommt. Vielen Dank an den Funk-Mod-Bot- was auch immer mal wieder. Hi. An die Möpse, die ich jetzt gerade wecke. Keine Ahnung. So, ich guck mir jetzt die Kiste an. Entschlüssel. Schlüssel sind immer praktisch. Was? Swimming-Maschine-Oil? Mhm. Ist er etwa im Jagdclub? Jesus presst Wolf Jack. Was? Ah, okay. Was ist das? A Ramrod to clean a rifle. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, you would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Hm. Na dann, spür Näschen an. Ticke Frischigkeit, hier ist Öl. Und da drin ist ein Lappen. Und da sind Flecken drauf. Mhm. 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 At least I don't think so. I have to take Toby. You'll take a sniff of the oil. And we'll find that rifle. Yay. Ab zu Tobi. Kann ich das? Ganz schnell. Franker Street. Tobi, Tobi, Tobi. Komm, sind die Möpse da. Kommen andere Hunde auch noch hinterher. Ja, ja. Rausfinden, wo er das Dingsbums versteckt. Ist schon klar. Oder wollen wir die Kamera vielleicht lieber unten ins Eck machen? Lieber Chad, sagt mir doch mal, ob wir die Kamera lieber unten ins Eck machen. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Das ist so finster. Ich kann in der Zeit auch einfach mal ein bisschen durch das Buch scrollen. Mhm. Den Tobi sind wir jetzt auf den Weg zu holen. Was haben wir hier noch? Military Batch. Was heißt denn das? Jesu is prest. Jesus presst. Der Schlüssel. So, jetzt müssen wir aber da sein, ne? Ja. Möpfe, Welfe, Möpfe. Oh Mist, wie heißt die Rasse? Haschpapi, ne? Ich glaub, Tobi ist ein Haschpapi. Die hießen noch so, oder? Ich glaub schon. Tobi. Oh je. Oben lassen, unten können ich... Stimmt, die Subs. So, Moment. Was ist er auf der anderen Seite? Der Sub-Alt kommt von oben. Übrigens. So, okay. Das heißt, ich hab Tobi jetzt im Inventar. Das Ding, was ich da unten hab, oder? Ach komm. Fangen wir mal schnell reisen jetzt. Okay. Okay. Jesu is heißt, ich bin... Ich bin gepresst. Und der Hund haschisch? Was? Nee. Sherlock raucht ja gerade. Und besser stirbend. Ich hab keine Ahnung von Hunden. Hallöchen Spinat mit dem Blob. Fang fest zurück. Nicht eher ein Beagle. Nee. Beagle haben... Beagle sind ein bisschen sportlicher. Sag ich mal. Die haben dezent längere Beine und kürzere Ohren. Ich wollte nämlich mal unbedingt ein Beagle haben. Weil ich die niedlich fand. Weil Schlappohren sind fluffig. Schnuffig bin ich. Fluffig, schnuffig. Die Musik. Hoppil, hoppil, hoppil. Oh Gott, das ist so süß, wenn er rennt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Treppen mit kurzen Beinen. Okay, das ist keine schöne Animation. Das ist sehr unsauber. Das haben wir nicht gesehen. Warum kann der Hund Türen öffnen, überhaupt? Hat irgendwas hier mit der Axt gemacht? Hat die Schrotflinte gekürzt oder was? Einfach vorne abgehackt. Da geht's weiter. Wie gut halt die Musik ist. Oh. 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 Ich gucke, glaube ich, erst mal hier. Hä? Wo ist die Spur hin? Die hört da auf, ne? Und hier geht's nur noch weiter. Also vielleicht verbuddelt, die Waffe. Hm. Ne, hier ist irgendwie nichts. Sollen wir halt doch mal drüber. Huch. Mhm. Aha. Die Türen haben Hundesensoren. Schon klar. Ach, jetzt verdecke ich die Trophäen. Ach, das ist nicht so wild. Aha. Mit dem Schlüssel. Oh. Oh. Das ist aber provisorisch hier. Oh, ich krieg Gänsehaut. Was haben wir denn hier? Hm. Gut, gut. Schauen wir mal. Hopp, alles sehr interessant. Oh. Oh Gott. Okay. Ich hasse es, durch Schlüssellöcher zu gucken in Spielen. Hm. Ich dachte, wir suchen die Waffe. Die kannst du doch durch Schlüsselloch nicht erkennen. Wenn du das sagst. Du bist der Sherlock. Ich bin nur ein doofer Troll. Weißt du, die Waffe könnte halt auch einfach unter den Säcken irgendwie versteckt sein. Unter dem ganzen Zeug. Aber nö. Huch. Ist das so ein Community-Lager-Rabababas? Moment. Was? Was? Das war easy. Ich hab dreimal X gedrückt. Ich glaub, das wird noch schwerer. Oh, ich fand diese, diese, diese Kugelschieberätsel, die es im letzten Teil gab, die fand ich cool. War übelst gut da drin. Lustig. Dankeschön für die Erinnerung. YouTube wird dich irgendwann mal hassen dafür. Ähm. Wir schauen uns hier im nächsten Part weiter. Um liebes YouTube. Für hier ist erstmal Schluss. Die Twitches, ne? Sind da wieder klar im Vorteil. Äh. Was wollte ich sagen? Liebe YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir weiter deduktieren. Sagt man das auf Deutsch so? Ich habe keine Ahnung. Würsing. Und tödelü. Meine Güte. Ich Summer growl. Wir machen viele Dinge. Ich habe ja gemein. Kita